Hallo meine lieben Freunde und hier haben wir einen Kartoffelbovist. Das ist ein Pilz, den könnte man auf den ersten Blick vielleicht für eine Meandertrüffel halten, aber das ist es nicht. Es handelt sich hierbei aber auch um einen sogenannten Symbiosepilz, der sowohl in Laub als auch in Nadelwäldern vorkommen kann. Er ist allerdings nicht genießbar. Charakteristisch für den Kartoffelbovist ist halt, wenn man den jetzt hier so sieht, der ist sehr fest. Also wenn ich den hier so drücke, das hält ja locker aus, aber wenn ich den jetzt zerteile in der Mitte, ist es jetzt nicht ganz so einfach. Mal so ein Stück rauszubrechen, sieht man, der ist innen drin so schwärzlich. Also bei ganz jungen Exemplaren, die sind innen drin noch weiß, das ist bei dem hier halt jetzt nicht mehr der Fall. Also bei ganz jungen Exemplaren ist das zweitig.